Matthäus von Vendome war ein Abt von Saint-Denis und Regen von Frankreich. Leben Matthäus' familiäre Herkunft ist unbekannt. Der französische Kirchenhistoriker Michel Philippin vermutete eine Verwandtschaft zum Grafenhaus von Vendome. Was aber durch keine zeitgenössische Quelle belegt ist, er war Benediktiner und ein Beichtvater, König Ludwigs IX. Von Frankreich 1258 wurde er zum Abt der königlichen Abtei von Saint-Denis ernannt. Unter seiner Aufsicht wurden umfangreiche Baumaßnahmen an der Abtei vorgenommen, die um das neu gegründete College des Charités erweitert wurde. 1272 fungierte Matthäus als Vermittler für die Ehe des Prinzen Peter von Alencon mit Johanna von Blois, wobei er vermutlich auch die Trauung vornahm im Auftrag Ludwig X. überantwortete Matthäus um 1250 den Mönchprimat die Zusammenstellung und Übersetzung einer Anthologie lateinischer Königswieten. Das so entstandene Werk der Roman Augsreus konnte 1274 König Philipp III. präsentiert werden und bildet die Basis der Grandes Chroniques de France. Matthäus übernahm zweimal die Regentschaft des Königreiches. Zuerst 1270 gemeinsam mit Simon II. de Clermont, nachdem König Ludwig IX. zum siebten Kreuzzug aufgebrochen war. Ein weiteres Mal 1285 als König Philipp III. auf den aragonessischen Kreuzzug zog und dabei in Perpignan starb. Im Jahr darauf starb Matthäus selbst, nachdem er König Philipp IV. dem Schönen die Regierung übergeben konnte. Bestattet wurde er in seiner Abtei.